Und damit einen wunderschönen Sonntagnachmittag zurück im BG Ballenpress Projekt. Mit dabei Tenzu, Siege und der gute Jörg. Hallo. Moin. Ja, nach wie vor in den Ballenpress Missionen. Wir müssen Geld generieren, Leute. Wir haben ein Ziel. Das Ziel liegt bei 185.000 Euro. Richtig. Aber das werden wir sehr wahrscheinlich erst in der nächsten Woche sehen, worum es sich dort handelt. Ja. Das werden wir nicht ganz schaffen. Genau. Werden wir wohl nicht hinkriegen. Jetzt noch 40 Mille zu machen. Aber ist auch kein Problem. Das Gerät wird kommen. So oder so. Hier ist es. Ja. Habt ihr eure Gamm-Bestunden-Fresse gerade im Einsatz? Nein. Nein. Können wir die mal kurz ausleihen? Natürlich. Ja. Dann würde ich gleich mal vorbeikommen, die zu holen. Ist gerade keiner da, aber die darfst du so mitnehmen, Schweizer. Sehr gerne. Das ist schön. Die steht da irgendwo. Die steht da. Ich suche sie da irgendwo. Ja, ja. Such die mal da irgendwo. Du findest die da schon. Irgendwo. Genau. Irgendwo. Irgendwo bei den Bäumen. Bei einer von den wenigen Bäumen, ja. Also sie steht schon mal nicht im Gebüsch. Achso. Das würde ich nicht mal ausschließen, aber ja. Ich lerne das noch, Schweizer. Ich hab dich gar nicht reingekommen hören, Schweizer. Ja, schnell wieder Blitz. Ja, aber hallo. Ich hab's im Augenwinkel gesehen, da passierte was im Teamsweg. Ja. Aber Rantz, was hast du vorhin bei meiner Erkenntnis gedacht mit Plus und Minus? Plus und Minus. Von Schweiz und Österreich. Ja, hab ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich bin hier voll im Aufnahmestress, weil ich muss vertreten für Dennis. Ähm, ähm, ich darf das Ding nicht mitnehmen. Achso, einen Moment. Mhm. Die Schweizer Flagge hat ja, ist ein großes Plus. Ja, das ist korrekt. Und wenn man das so anschaut, ist ja die österreichische Flagge ein großes Minus. Da hast du recht, Schweizer. Ja. Das ist ein großes Plus für dich, würd ich sagen. Ja, eindeutig. Und ein großes Minus für alle Österreicher. So, ich lass euch wieder hin. Ja, danke dir. Bitte, ciao. Ja. Brauche ich ein Gewicht unbedingt? Äh, nee. Nee, bei denen bei dir nicht. Gut. Also es wird demnächst einen mächtigen Stress zwischen der Schweiz und Österreich geben, glaube ich. Oh, oh. Ein großes Plus und ein großes Minus. Ei, 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 ei. Wir sind in der Sonntagsaufnahme, ne? Absolut korrekt. Das heißt, die letzte Folge. Absolut korrekt. Eigentlich müssten wir als Team Servus aka Team Kubota nochmal bei einem Kollegen vorbeigucken, oder? Nochmal Hallo sagen. Das können wir gerne tun, ja. Ich würde ja sagen, wir ziehen uns ihn hierher, aber. Bei E-Box. Du meinst ihn gerne nochmal, äh, sich, äh, live und in Farbe bedanken? Sozusagen, ja. Generell mal katschen. Können wir auch tun, ja. Wollen wir hochgehen? Kannst du uns eigentlich alle ziehen, Jürgen? Ja, deswegen frage ich. Ah ja, gucke mal. Deswegen haben wir den hier. Klopf mal vorsichtig an bei Darkin. Nicht, dass wir da in eine geheime, äh, Besprechung reingehen. Ja, und dann ziehst du uns einfach hinterher. Okay. Genau. So wie was geiles besprechen, zieh uns hinterher. Der ist schon weg. Ja, ja. Hab ich gesehen. So. Der ist durch. War da auch? Seit, ey. Ja. Jetzt haben sie dich verschoben, oder? Ah, jetzt ist er wieder weg. Sehr gut. Das läuft hier. Der hat ihn weggeschutzt und wieder hergeholt. Ich hoffe, dass er reicht. Ja, ich mach die großen Ecken vielleicht schon noch mit. Die auch nur mal so'n bisschen. Ja, ja. Hallo. 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 Da kommen wir noch. Oh, oh, oh. Genau deswegen. Ja, Mann. Also, jetzt wird mir da zu viel hier, ne? Das ist echt beschleunig. Was habt ihr für ein unschlagbares Amelot für uns? Was? Jetzt kommt nichts, oder was? Ja, gar keins. Wow. Das war es. Uh. Nein, wir haben gesehen, dass ihr Besuch da habt. Und da wollten wir noch mal kurz einleiten und uns kurz bedanken. Wir als Team Kubota-Querneland. Sehr gerne, kann man sagen. Es war mir ein Vergnügen, diesen kleinen Spaß mit Darkie zusammen zu organisieren. Genau, an der Stelle auch kein Dank an Darkie für die Einleitung dafür. Nein, das hast du hervorragend gemeint. Also Darkie hat den Spaß mitgemacht, hat es einfach aufgegriffen, hat es weitergeführt und auch ja noch einen guten alten Kontakt wiederhergestellt, habe ich jetzt so festgestellt, ne? So ist es genau. Was haben wir gesagt? 15 Jahre hatten wir uns nicht gesehen, ne? Und erst mal weniger. Ne, wir kennen uns irgendwie so. Ne, da kennen wir uns. Das ist schon verrückt. Also durch so eine kleine Challenge jetzt, dann wieder sowas, also finde ich schon gut. Ja, da kann man wieder sehen, ne? Der LS verbindet. Absolut, ja. Man mag es nicht glauben, aber es ist doch tatsächlich so. Team Grün lebt das vor, mit vier Männern auf einem Feld, auf engsten Raum. Da haben wir uns schon gefragt, ob euch kalt ist, dass ihr so auf Kuschelkurs seid heute. Ja, du, die Energiepreise sind hochgegangen, ne? Achso. Wir pressen uns gerade Ballen, damit wir uns nachher schön auf den Heuboden schmeißen können. Braucht ihr wieder Almosen oder was? Also deswegen sind wir eigentlich hier, ja? Ja, wir würden gerne in unseren Kubota-Cappies ein bisschen Almosen sammeln. Ja. Nein, um Gottes Willen. Wir wollten einfach nur mal Danke sagen. Danke Darkie, also auch Team Darkie natürlich, ganz klar. Und an Eborox für die ganze Geschichte. Bitte gerne. Wow. Wow. Danke Darkie. Juhu, wir können wieder tanken. Ich war das nichts für dich sagen. Das waren die 100 Euro, die sagen sollen, wir werden wieder runtergehen. So ungefähr, das war der Rausschmiss. Okay, Jörgi, also ihr könnt auch bleiben. Was habt ihr mit eurem Geld vor? Wollt ihr das... Was ist denn Geld? ...bringend anbieten. Ja. Also, aber jetzt sind keine Darkie-Aktien oder sowas, ne? Nicht? Aber die steigen so stark. Ihr könntet das in mein Team investieren, ne? Habt ihr das gewinnbringend angelegt? Aha. Ich hab mir schon gedacht, dass sowas kommt. Ja, muss mal beobachten, wie die Punkte steigen. Also, hallo, ne? Ja, also... Ja, ich hab vorhin... Warte mal, ich kann mal reingucken, gerade, an der Stelle. Ja, denk aber dran, nichts mehr hinzudrücken, ne? Ne, ich hab vorhin dreimal gedrückt und da stand da still nicht kaufen. Da krieg ich noch Stress mit Dennis wahrscheinlich, aber... Da krieg ich noch Stress mit Dennis. Okay, also ihr habt starke 10, fast 12 Punkte zugelegt. In dieser Woche. Ist das so? Ja. Ihr wart vorhin, meine ich, beim Start noch bei 30 circa. 30, und? Mhm. Und seid jetzt bei 42. Das ist schon, äh... Ist schon stabil, ja? Ja. Das ist ein starker Anstieg, der Kurve. Aber was macht denn ihr da eigentlich auf dem Feld 111? Sind das Rüben oder sind das Kartoffeln? Äh, das sind Karotten. Ah ja, guck, siehste. Nichts von beidem. Sehr schön. Ja, genau. Karotten. Ja, ja. Die Röhrchen, ne? Ihr seid die Häschen, also. Tu mal lieber die Bunnies. Ja, genau. Ihr seid da auch ja schon die ganze Woche mit beschäftigt, oder? Nein, nein, nein. In dem Feld? Habt ihr noch zwischendurch was anderes gemacht? Ja. Ich habe jede Menge. Feldgrubbern, Feldzähnen, Mähen, Schwaden, Pressen. Wir können nicht nur eine Sache zurzeit. Alles was? Ähm. Ihr müsst mal tanken. Ja, das hat einen Grund. Kriegt Dennis den wieder nächste Woche? Also ich muss auch sagen, wir haben ja eine Vertretung da. Der Jörg ist ja eingesprungen für Dennis. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Jörg bedanken schonmal, vorab. Bitte, kein Problem. Immer wieder gerne. Es war eine sehr gute Alternative. Ich möchte es mal so ausdrücken. Also ich habe selten so einen guten Mitarbeiter. Eberox, bitte, Sie können durchfahren. Ist das jetzt die Alternative für Dennis? Nein, 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 nein. Also nicht in dem Sinne, Mensch. Wie du sagst, sagst du es einfach falsch. Ja, natürlich. Darum ist das so lustig. Da hast du dir selbst ein kleines Löchlein gegraben. Also Jörg ist ein guter Mitarbeiter, wollen wir es mal so sagen. Mitdenkend, er kann selbstständig arbeiten, was willst du mehr? Das in seinem jugendlichen Alter. Ja, mit seinen stolzen zwölf Jahren, ne? Hallo. Aber ich glaube, du kommst noch ein Stück zurück. Ja, ich weiß nicht. Mobben sie dich jetzt mal über den Team Grün bist, oder? Nein. Da kannst du noch zehn draufrechnen. Mocken mich nicht, weil er in Team Grün ist. Okay. Und Annehmer wie der Rechtsfahrer. Kennst du den Twitch-Clip von Jörg? Nee, tatsächlich nicht. Nein. Hast du mal einspielen, der ist super. Da hast du richtig was verpasst. Aber ich glaube, der ist im Discord unter Best of, oder? Kann sein. Ja, den werde ich mir mal zur Gemüte führen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ist der mittlerweile alt? Drei maximal, ne? Das war Anfang 17er war das. LS 17 war das. Anfang LS 17. Sag dir, was machst du mit mir? Mein Rohr. Ich hab's nicht unter Kontrolle. Immer noch nicht. Okay, jetzt wird's Zeit zu gehen, glaube ich. Das geht schon den ganzen Tag so. Es ist Wundrohr. Ihr habt ja solche Probleme, nicht? Nur Golf. Es geht ja vor die Kurs bleiben. Nur Rall. Ich bin voll. Ja, ich bin voll. Der Andi, guck mal. Grüße. Der ist nicht hier. Nee, aber ich hab ihn, ich hab aus Pritzker gerufen. So, ich muss in die Teambesprechung. Jörg, ziehst du uns nochmal wieder runter? Ja, ja, mach ich. Team Daki, vielen, vielen Dank. Und Eborox, nochmal Grüße an Quernerland. Ja. Ja. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. 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 Tschüss, Uwe. Ja. 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 Kannst du mit dem Glas abfahren? Oder soll ich schon ein Kubota runter? Kannst du auch mit dem Kubota hin düsen. Ich hab jetzt nur mal eben hier den Waltra noch aufgepimpt zum Ballen aufspiefen und stapeln. Ich möchte aber eins sagen. Nee. Der Ballenwagen ist nicht ideal dafür. Für die Ballen. Musst du ihn nur richtig rum einpacken, dann geht's. Oder was meinst du jetzt? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, ja. Ja, ich hab das auch mal quer versucht, das war nix. Nee. Gut, dass wir hier keine Ordnung halten müssen auf Ruf. Hier steht alles Wild West. Mein lieber Scholli. Es ist ja unglaublich. Wenn Dennis kommt, dass du das Chaos hier sieht. Ei, 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 ei. Er macht das selber nur so ein großes Chaos. Okay, was kann ich machen? Ich kann jetzt noch ein bisschen Holz machen. Würde ich sagen. Ja. Weil da anpacken, das wird sowieso nichts. Uh. Aber wir schnappen uns auch. Schnappen uns auch einen Anhänger dazu. Die Seil wäre denn noch dran? Nein. Ist gar nix mehr dran. Nee, die mussten wir mal abbauen. Und so, ne. Ins. Fägewerk schmeißen. Äh. Hilfe. Hilfe. Ganz ruhig, Jörgi. Ganz ruhig. Ähm. Ähm. Warum bin ich jetzt so rangezoomt, wenn ich ausgestiegen bin? Weiß ich nicht? Ausgestiegen, rangezoomt. Dann so mit großer Karte unterwegs. Ja. Irgendwie hab ich jetzt hier von... Ja. Keine Ahnung. Ich sag lieber mehr ein. Hehehe. Hehehe. Oha, hier stehen ja... Oh Gott. Oha. Oh. Überall Bomben sind hier. So, ich geh mal kurz gucken, was unsere Tiere machen an der Stelle hier. Weil die dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Äh. Oh ja. Ja. Mussten wir da nicht irgendwas füttern vom nächsten Spulen? Also die Schafe... Ja. Die Schafe könnte... Könnte tatsächlich ziemlich eng werden, ne? Ja gut. Sonst müssen wir... Warte mal. Wenn wir spulen... Sind dann die Wiesen wieder bereit? Hm. Glaube ich noch nicht. Ich weiß es nicht, aber da müssten wir dran denken, dass wir da eine Füro reinschmeißen. Also die Schafe haben jetzt noch 15k circa an Futter. Brauchen dann auf jeden Fall was. Ja, das wird passen. Das reicht noch. Gut. Die Hühner wär jetzt noch interessant. Die Hühner, die brauchen ja gar nix. Ja gut, ihr habt noch 2200 drin, ne? Das ist auch schon... Im roten Bereich, aber... Geld. Schauen wir mal hier das Holz schon mal raus. Können wir das beim nächsten Mal nämlich so wegfahren. Irgendjemand hat eine Begegnung mit dem Wasser gehabt. Ja, das war ich, was genau der Kurve geleckt hat. Ich hab mal ne Drehung gemacht hab und rückwärts im Wasser stand. Hättest du aber sagen müssen, Mensch, da hätten wir ja direkt zugeguckt. Aber wir waren auf deiner Ansicht, schade. Ja ja, du bist auf meiner Ansicht. Ich hab davon nix mitgekriegt. Äh, Säge? Bist du jetzt mal mit Kubota unterwegs, ne? Hast du den vorher getankt, oder? Den hab ich vorher getankt. Okay. Ja, also bitte nicht in die nächsten Kommentare schreiben. Der ist getankt. Kubota ist getankt. Ist auch einfach ein schönes Gerät. Das hab ich gemacht, bevor ich losgeflogen bin. Da ist die Einfahrt für den anderen Feldweg. Das ist doch... Das ist doch keine Einfahrt hier. Einfahrt, Zweifahrt. Warte mal, wir gucken mal direkt mit. Wo bist du denn? Ja, das geht hier längst zur Wiese. Denkst du fährst durch den Dschungel. Ja, so sieht's auch tatsächlich aus. Hi, Jörgy. Hallo. Ui, warte hin. Ich weiß auch nicht, ob man normal mit 50 km hier durchbreddert. Wieder kleine Scheibchen schneiden hier. Da freut Patty sich wieder, weil ich so viele kleine Holzstöckchen mache. Ja. Oh, hier liegt übrigens Holz an der Wiese. Warum liegt hier Holz? Mitnehmen. Holz nimmer. Ach, das ist ne Deko. Schade. Oh. Na komm. Hä? Andi? Was ist denn Andi hier? Jetzt. Oh. Nein! Nein! Schau dann schon vor. Ich will ne... Ne, wenn du jetzt mit dem Trecker losfährst, ich schwöre, ich nehm mir die Lohnerrechte weg. Das ist dein Glück auch, dass du rausgeswitcht bist. Ich glaub, ich hab das Gefühl, Team Blau möchte uns irgendwas mobsen. Dann sind aber sowas von die Lohnerrechte weg. Ist Schweizer noch mit unserem Gerät unterwegs? Äh, wenn das nicht wieder am Hof ist. Ja, der ist doch noch zu gange. Ja, der ist doch noch zu gange. Okay, das sollten wir im Blick halten hier. Hier. Dass die nicht uns die Sachen hier mobsen. Gut, dass ich gerade hier war, am Hof. Äh. Ein Holzscheibchen hier. Ende und frohe Ostern! Ähm, der Werner sagt's. Ich hab gar nicht dran gedacht. Ostersonntag. Ja, moin. Es ist Ostersonntag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt ein frohes Fest gehabt. Äh, habt ein paar Eier gefunden. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir euch zumindest mit diesen Schokohasen hier, Tenzu, Sege und dem Jörg, das Osterfest ein bisschen versüßen konnten. Ähm, lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. In diesem Sinne, frohe Ostern von Team Servus. Ähm, vielen, vielen Dank, Jörg, Tenzu. Und auch Sege! Jo, frohe Ostern und tschau! Jo, frohe Ostern! Tschüss!